Der Berliner Motorradfahrer kommt an City Bike Service der typenoffenen Motorradwerkstatt nicht vorbei. Als Meister und Ausbildungsbetrieb der Zweiradmechaniker Innung Berlin sind wir unter anderem spezialisiert auf Motorräder und Roller der Marken Honda und BMW und bieten Ihnen professionelle Hilfe durch unsere ausgebildeten Zweiradmechaniker. Wir nehmen uns Ihre Probleme und Wünsche gewissenhaft an, zum Beispiel bei der laserunterstützten Rahmenvermessung oder durch unseren Reifenservice. City Bike Service – Fahrspaß durch professionelle und fachgerechte Betreuung.